Hey Kleiner! Schau mal hier! Komm mal her! Was habe ich hier? Ja, was habe ich hier? Oh, klasse! So, komm mal her. Ich werde schnell noch drei Worte sagen. Ja. Hallo zusammen. Das hier ist Bruno, ein inzwischen neunwochenalter Deutsch-Derata-Rüde. Und ja, ich habe gestern angefangen, ihm Sitz und Platz beizubringen und heute war quasi der zweite Tag, der zweite Morgen. Und jetzt will ich euch mal zeigen, was wir für Fortschritte innerhalb von 24 Stunden gemacht haben. Wir sind jetzt schon draußen gewesen, das Wetter ist ziemlich eklig, jetzt fängt es gerade auch wieder an zu regnen, deswegen beeilen wir uns ein bisschen. Und ja, ich lasse es einfach mal ungeschnitten laufen und ihr seht, wie schnell erlernt. Und ja, wollte ich euch nicht vorenthalten, aber ihr geht jetzt wieder rein. Und zwar. Ich habe hier ein bisschen Trockenfutter. Dann schauen wir mal, was er von gestern noch behalten hat. Und ich habe hier als Futter, genau das haben wir gestern geübt, ist dann beim Futter immer hochgesprungen, so wie jetzt. Und sobald er verstanden hat, dass er sich hinsetzen soll und so zum Erfolg kommt. Super. Komm, hier vorne hin, dann sieht man dich auch mehr. So. So. Prima. Ohne Kommando. Prima. Wird einfach nur für das verhalten, was ich gut finde, belohnt. Prima. Super. Ja, jetzt lauft man nochmal ein bisschen. Und Sitz. 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 So, bewege dich nochmal, so. Zick, zick, zick. Und Sitz. 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 Los, bewege dich nochmal. Nochmal bewegen. Sitz. 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 nochmal bewegen hier. Los, steh auf. Und Sitz. Okay. das ist die kamera Sitz Timing ist hier einfach alles Sitz Sitz Mal wieder aufstehen Komm her Sitz Sitz Erstmal aufessen Sitz Sitz Wir bewegen uns noch mal. Komm her. Komm her. Und. Sitz. Sitz. Komm her. Sitz. Noch mal. Sitz. Sitz. Okay. Immer bewegen. Immer bewegen. Und. Sitz. Komm her. Sitz. Komm her. Und. Sitz. Klasse. Komm her. Ruhig. Sitz. Super. Probieren wir es mal mit dem Platz. Ob du das auch schon kannst. Versucht jetzt hier irgendwie dran zu kommen. Wir versuchen jetzt mal das Platz rein zu bringen. Erster Schritt. Ich lasse ihn jetzt so lange hier versuchen. Bis er sich von alleine hin legt. Und dann wird er belohnt. Und dann steht er wieder auf. Versucht das Ganze nochmal. Jetzt warte ich wieder bis er sich von alleine hin legt. Und jetzt wird er belohnt. Das Ganze nochmal. Und so schnell legt er sich jetzt schnell hin. Das ist jetzt die dritte Belohnung. Ja. Auch und. Oh super. Super. Klasse. Klasse. Jetzt kommt noch das restliche Frühstück. Fünf, sechs Stück sind es noch. Ich versuche ihn jetzt mal zum Laufen zu bringen. So. Und. Und er legt sich hin. Klasse. Bewegung reinbringen. Fünf. Fünf. Hi. Hey. Hi. 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 Und da legt es sich hin. Super. Super. Können wir auch. Eine Bewegung reinbringen. Die letzten drei. Und Sitz. Sitz. Und der letzte. Sitz. Klasse. Gut gemacht. Gut gemacht. Ja, fein. So, keine zu langen Trainingseinheiten. Das war jetzt ein bisschen mit dem restlichen Frühstück. Nächste Trainingseinheit ist dann heute Mittag wieder zum Mittagessen. Und dann schauen wir mal, was wir da weiterüben werden. Vielleicht schon mal ohne Futter das Kommando üben. Mal sehen. So, inzwischen ist es Nachmittag. Und eigentlich wollte ich schon nach draußen gehen und mal draußen üben. Aber es hat leider den ganzen Tag inzwischen geregnet. Und deswegen machen wir jetzt nochmal eine Indoor-Session. Und ja, gucken, was er seit heute Morgen so am Kommandos behalten hat. Sitz. Das klappt auch schon mal. Na, komm mal her. Und Sitz. Klasse. Komm mal her. Na, komm mal her. Sitz. Na, komm mal her. Ja. Ah, ja. Und Sitz. Klasse. So, ich lege jetzt mal das Leckerchen weg. Ist nichts mehr drin. So. Guck mal her. Hier, ein bisschen Spielzeug. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Und Sitz. Prima. 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 Prima, prima, prima. Super! Sitz! Soupi! Soupi, soupi! Schau mal hier! Sitz! Klasse! Und noch ein bisschen hier. Tick! 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 Oh, oh! Na, was musst du machen? Was musst du machen? Was musst du machen? Hm? Was musst du machen? Super! Was? Was musst du machen? Super! Klasse! Nochmal! Guck mal hier! So hier! Und nass! Super! Nochmal! Und? Prima! Fürs Platz verwende ich jetzt noch keine Kommandos. So haben wir das heute angefangen. Gucken wir mal, wie es mit dem Sitzen aussieht. Und Sitz! Super! Nochmal! Sitz! Klasse! Klasse! So, das war's glaube ich schon. Warte, warte, warte. Ja, noch ein paar. Kann man das weiter machen? So! Sitz! Super! Sitz! Klasse! Prima! Sitz! Prima! So wie! So! Nochmal platzen! Was ist das? Oh, prima! Super! Und? Ja das! Hoch mit dir! Hoch mit dir! Na komm! Ja komm auch! Sitz! Super! Und? Platz! Klasse! Und? Platz! Sitz! Super! Und? Platz! Klasse! Zipi! Und den hier! Sitz! Ah, das funktioniert gut! Platz! Super! Das läuft doch! Den hier! Sitz! Den hier! Platz! Super! wel rappeler! Ja! Ist das hier! Es ist das hier! Alsace! Sitz! platz sitz platz prima sitz und drei brücken haben wir noch und platz und der letzte wiener ein super prima sagt das war es für heute morgen früh gehen wir nach draußen morgen früh gehen wir nach draußen jetzt gibt es die erste auto session das mikrofon was haben wir hier schau mal hier sitz sitz prima Fein. Komm noch rein. Sitz. Super. Ja, fein. Komm noch rein. Und Sitz. Prima. Dann komm her. Sitz. Fein. Und komm her. Dann komm, 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 komm. Komm, sitz. Super, fein. Komm her, Kleiner. Und sitz. Super, super. Komm noch mal. Komm her. Komm her. Sitz. Prima, fein, fein. Komm her. Sitz. Fein, fein. Komm her. Komm her. Und sitz. Zubi. Fein, fein. Das klappt ja super. Das klappt ja super. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Warten ist nicht. Muss ja schon abholen. Ja, fein. Sitz. Sitz. Super, fein. Fein, 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 fein. Und noch mal. Na komm. Sitz. Klasse. Oh, klasse. Super. Nochmal. Und sitz. Guck's gar nicht mehr. Komm her. Komm her. Sitz. Zubi. Zubi. Fein. Und ein letzter. Das ist ganz schön ekliges Wetter heute. Und sitz. Perfekt. Perfekt. So, das reicht für heute. Feierabend. Schnell wieder rein ins Warme. Ja. Und das Laufen. Ja, das kann man können. Tschüss. Vielen Dank.